Hallo meine Lieben, ich sitze jetzt hier mit zehn Büchern. Das war ja versprochen, ein Büchervideo zu machen. Also so leichte Sommerlektüre für die Frau im Strandkorb, in der Hängematte, auf der Luftmatratze, wo auch immer. Im Daybett, im Liegestuhl oder generell im Bett. Ich habe mir die Bücher nicht selber gekauft. Ich habe die von einer Buchhändlerin zur Verfügung gestellt bekommen und habe natürlich jetzt nicht alle zehn lesen können in zwei Wochen. Ich habe zwei gelesen, zwei oder drei habe ich gelesen. Und die anderen habe ich jetzt angelesen. Ich kann euch ja sowieso nur den Autor nennen und den Titel und den Klappentext, den darf ich euch vorlesen. Ansonsten darf ich nicht aus den Büchern lesen. Und dann muss man die Anwilligung des Autoren oder des Verlages haben. Und das habe ich natürlich nicht. Aber ich kann euch natürlich die Bücher vorstellen. Also so, weiß ich nicht, ob ich happy damit bin. Naja, das ist zu kurzweilig. Ja, also fangen wir mal an. Eine Französin, Rachel. Oh Gott, ich kann es nicht aussprechen. Currently. Einmal lieben geht noch. Ist ein total schönes Cover. Und wisst ihr was? Ich schreibe euch die Autoren und Titel in die Infobox. Ja, ich lese jetzt mal vor. Also das ist eine Französin. Ist eine Erstauflage 2016. Und es geht um, also diese Autorin ist auch eine Jugendbuchautorin und die hat sich, wie hat die sich, also als Jugendbuchautorin hat die sich einen Namen gemacht. Also die Elle schrieb riesen Spaß und unterhaltsam, schonungslos, offen und sehr berührend. Gut, es geht also darum über vermasselte Dates, ziemlich beste Freundinnen und die ganz, ganz große Liebe. Ihren letzten Lover hat Lucy schon vor Jahren vor die Tür gesetzt. Prädikat mangelhaft. Die Ausbeute seither mitleiderregend, grauenerweckend, indiskutabel. Das Einzige, was der jungen Lehrerin langsam, aber sicher näher kommt, ist die 40. Die Sache ist klar, dem Schicksal muss auf die Sprünge geholfen werden. Und so lässt Lucy ab sofort keine Gelegenheit mehr ungenutzt, den Mann fürs Leben aufzugabeln. Sie macht weder vor dem Ex ihrer besten Freundin, noch vor den Vätern ihrer Schüler Halt, flirtet an der Tiefkühltheke im Supermarkt, taxiert das Freiwild im Schwimmbad, umgarnt den makellos schönen Vertretungsarzt. Wer jagt, der gewinnt. Und kostet 9 Euro. Das habe ich jetzt fast durch. Das sind immer so kleine Geschichten um diese Lucy. Joa, ist nicht schlecht. Also für, ich glaube, Single-Frauen finden sich da, glaube ich, ganz gut aufgehoben in diesen, in diesen kurzweiligen Geschichten um Lucy. Dann von Robin Gold, mein Stück vom Himmel. Das fand ich, das ist ein sehr schönes Cover von Blau Vallee Verlag. Clover ist verzweifelt, ihr Traum von der eigenen Bäckerei ist zerbrochen und wenn sie nicht bald Geld auftreibt, wird sie das Haus ihrer geliebten Großmutter verlieren. Als ein landesweiter Eiskontest ausgerufen wird, wittert Clover ihre Chance auf einen Neuanfang, denn sie hat ein Händchen für süße Köstlichkeiten und das perfekte Rezept im Kopf. Beim Wettbewerb begegnet sie Cole, zu dem sie sich sofort hingezogen fühlt, wie soll es anders sein. Doch Cole ist auch Clovers größter Rivale. Und er und seine kleine Tochter brauchen das Preisgeld noch dringender als sie. Das habe ich durchgelesen, das ist ein sehr schönes Buch, hat mir ganz gut gefallen. Und dann ist von 2015, Blanc Vallee Verlag, ein Stück vom Himmel. Es geht eben, wenn ich das Buch in die Kamera halte, wird sie dunkel. Ja, es geht also um so ein typisches amerikanisches, ja so ein Eiskontest, so ein Wettbewerb. Und man erfährt viel über Eis. Das ist eigentlich ganz erfrischend. Und es sind auch ein paar Rezepte mit drin. Das fand ich ziemlich gut, das Buch. Von Gabi Hauptmann, das Glück mit den Männern und andere Geschichten. Ich mag Gabi Hauptmann echt ganz gern, aber da war ich jetzt nicht so himmelhoch jauchzend. Ich habe da ein bisschen mehr erwartet. Das sind lauter Kurzgeschichten. Sie haben Appetit auf spritzig, bissiges Lesefutter. Hier wird er gestillt. Man nehme eine kräftige Prise Ironie. Würze mit rasanten Episoden aus dem modernen Beziehungsdschungel nach. Rühre mit leicht lockerer Hand um und schmecke mit einer Mischung aus weiblich, männlichem Augen zwinkern ab. Das ist ganz toll geschrieben, super Satz. Fertig sind 19 ebenso unterhaltsame wie hinterhältige Geschichten, die höchsten Lesegenuss garantieren. Freuen Sie sich auf eine ganz besondere Sehnsucht, eine französische Errungenschaft, sowie stürmische und heitere Altersmarotten. Das sind jetzt die Titel dieser Kurzgeschichten. Ist von... Von wann ist denn das? Das steht hier gar nicht drin. Oh, das ist schon alt. Das ist von 2009. Das kennen vielleicht schon viele. Das Glück mit den Männern, Gabi Hauptmann und andere Geschichten. Ich halte es nochmal in die Kamera. Ich schreibe es eh unten rein. Ihr merkt euch das sowieso nicht. Aber ich halte immer das Buch in die Kamera, wenn ich es als erstes euch zeige. Zum Beispiel hier, Tanz in den Tag, Kathleen Benko. Sie schreibt auf ihre unverwechselbare Weise über ein Kaleidoskop von Frauen, die kaum unterschiedlicher sein können. Aber es gibt eines, das sie vereint, was auch immer geschieht. Sie lassen sich nicht unterkriegen. Tja, die L fand es wohl auch ganz gut. Die Zeitung ist von 2017, ein neues Buch. Steht irgendwas über den Roman da drin? Eigentlich nicht. Eine Trilogie ist das. Okay. 2015 erschien die... Also, Tanz in den Tag. Ich habe jetzt auch noch gar nicht auf den Lesestil so achten können, weil ich das Buch noch nicht... Doch, der erste Satz ist klasse. Was sind die Leute doch hässlich. Entfährt es Hortens, seufzend. Klasse. Erster Satz, was sind die Leute doch hässlich. Oh je. Also, Tanz in den Tag kostet 10 Euro. Claudia Winter. Goldman Verlag. Glückssterne. Ich sehe gerade jetzt... Mein Cover ist überall Essen drauf. Eis, Obst, Muffins, Waffeln. Das ist eine... Ja, wo kommt die denn jetzt her? Claudia Winter. Wahrscheinlich aus Deutschland. Ihre Karriere... Da steht nicht die Stadt drin. Also, die zweite Auflage 2017. Okay, also relativ neu. Zweite Auflage. Frankfurt, also deutsch. Es geht darum. Ein verschwundener Ring, ein Ausflug in den schottischen Frühling und das kleine Wunder, das man Liebe nennt. Karriere, Heirat, Kinder, Josephine weiß genau, was sie vom Leben erwartet. Doch kurz vor der Hochzeit brennt ihre Cousine mit einem Straßenmusiker nach Schottland durch. Den legendären Familienring im Gepäck, den die Braut bei der Trauung tragen sollte. Als ihre abergläubische Großmutter daraufhin der Ehe ihren Segen verweigert, besteigt Josephine notgedrungen den Flieger und gerät in den verregneten Highlands von einem Schlamassel in das nächste. Nicht nur einmal muss der charismatische Konditor Aiden, der Brautin Spee aus der Pratsche, helfen. Dabei kann sie diesen Charmeur nicht einmal leiden. Aber der Zauber Schottlands lässt niemanden unberührt und schon bald passieren seltsame Dinge, die so gar nicht in Josephines Lebensplan passen. Mit schottischen Originalrezepten zum selber Backen und Kochen. Hört sich das ganz gut. Glückssterne. Ich darf mir nicht vorlesen. Glückssterne. Kostet 9,99 Euro. Tja. Dana Bate. Ein Herz für Muffins. Guckt mal. Also meine Freundin muss auch gedacht haben, der gebe ich mal ein paar Bücher mit lauter Essen. Betraut. Ist ja herrlich. Also Sidney Strauss liebt Essen, besonders darüber zu schreiben. Das ist interessant. Doch da Job im Foodjournalismus so heiß begehrt sind wie die berühmten Cronuts, bezahlt Sidney ihre Rechnungen, indem sie für eine der größten Igomanen der Fernsehgeschichte arbeitet. Bis dessen neueste Eskapade sie den Job kostet und sie plötzlich gezwungen ist, den grantigen Boss ihrer besten Freundin Heidi um Schichten auf dem Farmersmarkt anzubetteln. Das ist in Los Angeles der Farmersmarkt, glaube ich. Dann, gerade als ihr Privatleben einen erfreulichen Aufschwung erlebt, erhält sie die Chance, die ihre Karriere herumreißen könnte. Doch dafür muss sie es riskieren, alle vor den Kopf zu stoßen, die ihr am Herzen liegen. Also deutsche Erstaufgabe, eine klug, kurzweilig erzählte Geschichte über Essen, Liebe und zweite Chancen. Dieses Buch macht einfach Spaß. Habe ich noch nicht gelesen, da freue ich mich drauf. Ja. Habe ich schon gesagt, von wann das ist? 2016. Ja. Die beste Zeit unseres Lebens. Guck mal, was hier schon wieder drauf ist. Schon wieder was zu essen. Aha. Deutsche Erstaufgabe, eine herrliche Sicht auf die unbeschreibliche Kraft der Freundschaft. Lustig und temperamentvoll schrieb The Daily Express. Also deutsche Erstaufgabe, Auflage, 2015 erschienen. Im Blanc-Valet-Verlag. Seit 45 Jahren gehen die vier Freundinnen Claudia, Saul oder Sel, Ella und Laura zusammen durch dick und dünn. Sie treffen sich einmal im Monat in London auf ein paar Drinks, um gemeinsam zu lachen, zu feiern und manchmal auch zu weinen. Denn das Leben hält nicht immer das bereit, was man sich erträumt hat. So steht Laura plötzlich vor den Trümmern ihrer Ehe, nachdem sie erfahren hat, dass ihr Mann sie betrügt, während Sel akzeptieren muss, dass sie ihren Job an eine jüngere Kollegin verliert. Doch die vier lassen sich nicht einschüchtern, denn sie wissen, dass sie, was immer auch passiert, auf ihre Freundschaft setzen können. Also das ist eine Hommage an die Freundschaft. Ist auch schön, also kann ich mir ganz gut vorstellen. Ein dickes Buch. Kostet auch 9,99 Euro. Dann Abby MacDonald, Mein perfekter Sommer. Ich glaube, da geht es um ein jüngeres Mädchen. Ein Großstadtmärchen in der Wildnis Kanadas. Jenna freut sich auf einen Sommer bei ihrer Patentante in Kanada. Natur pur, süße Jungs in Holzfällerhemden und das alles ganz weit weg von der Ehekrise ihrer Eltern. Das ist bestimmt ein Teenager. Doch womit sie nicht gerechnet hat, sind Auge in Auge Begegnungen mit Elchen und noch größeren Tieren. Die unausstehliche Stieftochter von Tante Susi und dass der süße Reef sie für eine planlose Großstadt-Tussi hält. 7,99 Euro Erstauflage. Wann war das? Oh, schon ganz lange her. 2012. Ja, ziemlich große Schrift ist schön. Also, Mein perfekter Sommer. Dann Risiken und Nebenwirkungen in der Liebe. Sophie Hart, Pipa Verlag. Für Annie mit ihrem ausgeprägten Hang zu romantischen Komödien, das Normalste auf der Welt. Sie selbst ist zwar unfreiwillig Single, verhilft als Sextherapeutin jedoch anderen Paaren zum Liebesglück. Doch manchmal lohnt auch ein zweiter Blick, wie Annie bald erfahren muss. So, Literaturmarkt schreibt, kaum die ersten Sätze gelesen, ist man rettungslos verliebt, sowohl in die Story als auch in die sympathischen Charaktere. Wartet mal, 2014. 10 Euro. Okay, also es geht hier um eine Therapeutin, die anderen zum Glück verhilft und selber unglücklich ist. Gut. Also, eine britische Autorin ist das. Ja, nun gut. Risiken und Nebenwirkungen. Also, dann habe ich hier eins, da kann ich, also, die Spiegel-Bestseller-Autorin Sylvia Day, Crossfire, ja, Verendung, ich kenne das nicht, das muss wohl eine, das ist die Nummer eins, Spiegel-Bestseller-Autoren, da muss es ja wohl noch andere Bücher zugegeben haben, ich kenne die anderen Teile nicht. Ich weiß nicht, um was es da geht. Gideon und Eve, der reiche, attraktive Geschäftsmann und seine junge Ehefrau, sind verbunden durch ein verzweifeltes Verlangen nach grenzenloser Liebe. Ach, das ist sowas wie Shades of Grey wahrscheinlich, Crossfire. Shades of Grey habe ich nicht gelesen. Und das, also, wer es haben will, dem kann ich es gerne schicken. Also, da muss ich wahrscheinlich die anderen Bücher auch die anderen Teile erst lesen. Das ist wahrscheinlich dazwischengerutscht, meine lieben Freundinnen. Ja, also, hemmungsloses Verlangen. 2016. Erste Auflage. Also, dieses bestimmte Triologie oder so, kann ich nichts zu sagen, ist hier irgendwie dazwischengerutscht. Und dann, auf das Buch freue ich mich wirklich, Amelie Fried, Traumfrau mit Lackschäden. Der Spiegel-Bestseller, erstmals auch als Taschenbuch, kennen bestimmt schon ganz viele von euch. Ich kenne es noch nicht, eine turbulente Komödie übers Älterwerden, über Liebe, Erotik und Freundschaft, selbstironisch und charmant erzählt von der Autorin des Bestsellers, Traumfrau mit Nebenwirkungen. Das kennen wir ja, das ist, glaube ich, auch verfilmt worden, ne? Der Millionen Leserinnen begeistert hat. Also, Traumfrau Cora Schiller wird 50, mhm, da freue ich mich drauf, und gerät in die Krise. Sohn weg, Mann weg, dafür taucht ein ehemaliger Liebhaber auf. Und bei ihr Zuhause drängeln sich ihre Freundinnen, die es nochmal wissen wollen. Sie wünschen sich alle neue Männer, neue Jobs, neue Abenteuer. Das ist doch herrlich. Nur Cora wäre es am liebsten, wenn alles so bliebe, wie es ist. So, Ladies, aber nichts im Leben bleibt so, wie es ist. Wir können froh sein, wenn wir den Zustand, den wir gerade haben, wenn wir den irgendwie erhalten können, wenn der gut ist. Ja, also ich übernehme keine Garantien, ne? Also für Lesespaß oder Lesevergnügen oder dass ihr euch angesprochen fühlt. Ich habe jetzt diese Bücher bekommen. Ich dachte mir, ich stelle die jetzt mal vor, weil ihr ja auch gefragt habt. Deswegen habe ich es jetzt gemacht. Ich schreibe sie, ich verlinke sie in der Infobox und bin gespannt. Und ihr könnt die euch ja im Buchladen bestellen oder im Buchladen sind sie, es sind ja nicht immer alle Bücher da. So ein Buchladen kann ja nicht alle Bücher haben. Es gibt ja Millionen, Milliarden von Büchern auf dieser Erde. Aber man kann sie auch bei Amazon bestellen. Man kann ja auch E-Bücher runterladen und, und, und. Aber ich schreibe Titel und Autor und Verlag für euch in die Box. So, meine lieben Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, ich danke euch, dass ihr mich so treu auf meinem Kanal folgt und immer wieder einschaltet und liked und so süße Kommentare schreibt. Ich werde dann auch jetzt irgendwann mal pausieren, also Ende Juli. Und, ähm, also werde jetzt nicht dann drei Videos die Woche hochladen, sondern wählen schon mal eins, so ab und zu mal so einen Vlog von der Ostsee oder so. Aber ich mache noch bis Ende Juli weiter, aber für diejenigen, die jetzt mich verlassen, die in den Urlaub fliegen oder einfach nicht schauen können und erst später wieder im August oder im September oder so dazukommen, ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit, einen tollen Sommer. Erholt euch gut, lasst die Seele baumeln, ärgert euch nicht und genießt das Leben. Das Leben ist wundervoll, das Leben ist hier und jetzt. Und ich ende mit diesem Satz, das ist schön, das Leben ist schön. Da gibt es auch einen Film, der ist noch nicht so, der ist tragisch, aber das Leben ist schön. Ihr Süßen, au revoir, bis bald, ciao und alles Gute.